hallo freunde heute melde ich mich mal ganz kurz vor ostern mit einem video über eine kleine nebensächlichkeit aber eine sehr wichtige weil bücher kann man nicht versenden ohne versand kartons und die sind heute gekommen gerade eben und jetzt schaue ich mal nach wie aus und ja hier sind sie die versand kartons für ferne ziele geschichten über die berliner schule für elektronische musik ich muss noch lernen wie man die dinger verhalten also zehnmal geübt beim elften mal klappt man nimmt den karton man hebt den hier ein bisschen an man dreht den so ein dann käme jetzt das buch nehmen wir mal an hier ist es dann schlägt man es hier um dann schlägt man es darum klebestreifen ab und fertig hier kann eure ferne ziele drin sein und ihr wisst ja die vorbestellungen laufen noch morgen wenn ich mich noch mal vor ostern mit einem video und ich glaube dann bringe ich die wirklich heißen neuigkeiten mit und ja die vorbestellungen laufen noch ihr wisst ja edition minus malstrom punkt de da ist die adresse wo ihr weitere infos über das buch und über den bestellprozess findet und ich würde mich freuen euch da begrüßen zu dürfen und wie sagt vorbestellungen laufen noch und ende april geht's los mit dem buch also ich freue mich